Und dann, meine Süßen, gönnen wir uns ein neues Indie-Roulette. Was werden wir heute spielen, ihr Süßen? Wupp, wupp! Wir spielen Chillquarium. Und wie ihr anhand des Wortwitzes garantiert schon erkannt habt, geht es in erster Linie um ein Aquarium. Wupp, wupp! Hier sehen sie Chillquarium. Und wie ihr schon von mir kennt, gucken wir uns jetzt wunderschön den Trailer an. Ich hoffe, ihr habt Bock auf geile Pixelfischis. Danach machen wir wieder Chat. Neue Fische freischalten. Kollektion vervollständigen. Sammlung vervollständigen. Süß. Fische wiederverkaufen. Thematische Aquarien erstellen. Meint ihr, wir dürfen Fische züchten? Das ist Chillquarium. Und das werden wir uns gleich angucken. Aber vorher will ich noch einmal kurz Chat aufholen. So. Zwölf Monate. Das sind fast so lange, wie Luxi alt ist. Ha! Süß. Luxi Küken. In drei Praktika, circa acht Wochen, 180 Euro zu Bruch gegangen. Richtig krass viel. Ich zahle im Moment 99,95, damit ich Internet in der Wohnung habe. Und der hat mir letzten Monat nur 10 Euro gegeben, damit er kurz was auf seiner Placey laden kann. Frech. Potion Pimpel ist gut, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Aber jetzt machen wir erst mal Fische. Ey, ich bin immerhin 284 Monate alt. Wieso weißt du das? Naja, zwölf Monate hat ein Jahr. Das heißt, 120 sind 10 Jahre. Das heißt, 240 sind 20 Jahre. Und den Rest kann man ausrechnen. Vielleicht, möglicherweise. Ich könnte jetzt bestimmt auch ausrechnen, wie alt ich bin. Also wie viele Monate. Aber ich habe keinen Bock. Das Resultat davon, er hat die Internetdaten, also das Passwort und so weiter, weitergegeben. Am Ende waren 15 Personen bei mir im Internet. Nee, dann hat er wirklich nichts mehr verdient. Nö. Die haben insgesamt 815 Gigabyte verbraucht. Ich konnte nur gedrosselt Games spielen und gar nichts online. Nee, dann hat er das auch nicht verdient, Aurora. Also, wie kann man denn so ein Arf sein? Wie kann man denn so ein Arf sein? Wer hat eigentlich mit Chips angefangen? Und warum ist hier eine Tüte gespawnt? Und Janus. Ich habe mit Chips angefangen, weil ich euch erzählt habe, dass ich von Chips auch einfach nur eine Handvoll nehmen kann. Und dann ist es wieder gut. Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Fee, dankeschön für den 28. Monat. Das ist knapp ein Zehntel von dem, wie alt Luxi ist. Ha. Moment, das heißt, Fee, Fee sagt bei mir schon ein Zehntel, so ein Zehntel von Luxis Leben. Das fände ich jetzt gerade ein bisschen zu witzig. Wie man mathematisch ermittelt, ist mir auch klar. Aber wieso? Ich weiß es nicht. Jetzt, wo du schreibst, fällt mir diese Tüte Krabbenchips vor mir auf. Guni Hunger, Frau Jächer. Lass dir schmecken. Hat er deswegen Anfang des Monats Internetname geändert und das Passwort geändert? Ja, richtig so, Aurora. Richtig so. Am besten das Internet umbenennen in kein Internet für fiese Schnurrer. Hört auf mich zu mobben. Weil ich jung bin. Es ist mir doch nur aufgefallen, das sollte jetzt kein Mobbing sein. Ich bin froh, dass ich die Jahrzehnte noch zusammen bekomme. Ihr wisst gar nicht, wie häufig, wenn mich jemand fragt, wie alt bist du eigentlich, ich erst mal da stehe und denke, äh. Ja. Wie alt bin ich eigentlich? Ich bin froh, dass sie so alt ist, weil sie so alt ist. Ah, schön, 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 das wird sein, das wird sein. So, Leute, ich bereite mal Chillquarium für uns vor. Das heißt, der Timer ist resettet. Ähm, ich muss mir das alles mal wirklich schön auf einen Haufen legen, ne? Damit ich das, damit ich das schöner hinkriege. Wartet mal. Das ist das Problem bei mir, wenn ich aufräume. Ich habe aufgeräumt und jetzt sehe ich den Stuff nicht mehr, weil ich ihn jetzt woanders hingeräumt habe, wo ich dachte, dass er sinnvoll wäre. Chillquarium sehen wir jetzt. Kostet übrigens gerade mal im Moment noch 4 Euro auf Steam bis 9. Juni. Also bis übermorgen habt ihr noch Zeit, wenn euch das Spiel jetzt gleich gefällt, ähm, euch das zu holen. Ansonsten kostet es wieder ganze 5,50 Euro. Sorry, Alter, wollte ich noch machen, Luxi. Dankeschön. So, zack. Und Ton habt ihr zwar, aber den nehme ich euch jetzt wieder weg, weil ich möchte den eigentlich nicht über die Desktop Audio haben. Sondern ich hätte den gerne über einen Nachriff. Bekomme ich Sound? Bekomme keinen Sound. Moment. Wir starten einmal kurz neu. Didi-Duggies. Oh ja, da haben wir Sound. Der ist auch ziemlich laut. Besser. So, was ist der Chill-Mode? Oh, der Chill-Mode ist, dass wir keinen Overlay mehr haben. Okay. So, Hallöchen, Larissa, ein Wunderschön, Wunderschön. Handy, why? Einfach zweimal Didi-Nuggies. Ah. Autokorrekt. Ergert. Ihr könnt auch nur Ausrufezeichen Nagy schreiben, wenn euch Dino-Nuggies zu kompliziert ist. Oder Dini-Nuggies. Aber genug Geld, um den Geruch mit seinem Konsum im Haus widerlich zu machen hat. Ja. Das ist immer so Aurora. Das sind Leute, die haben nur für die Sachen Geld, die andere nicht für sie bezahlen möchten. Und ich meine, warum Internet selber bezahlen, wenn es andere machen? So, wenn ihr ein goldenes Dino-Nuggies findet, dann muss ich Sport machen. Das sammelt sich jetzt während der Demo und dann... Ach, ich sehe gerade, passt noch gar nicht von der Größe her. So, das sammeln wir dann während dem Spiel. Und dann machen wir am Ende gemeinsam Sport. Wieso darf ich jetzt nicht nur das eine Fenster verschieben? Dankeschön. Hä? Gucken wir mal mir vor, als ob ich zum ersten Mal mit OBS arbeite, ne? So. Willkommen im Chillquarium. Die Musik ist uns gerade ausgegangen. Aber dafür gönnen wir uns jetzt ein paar niedliche Fischchen. Wir haben bisher nur... Die Freshwater-Friends. Komm, wir geben unser ganzes Geld erstmal aus. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen was für... Belichter. Müssen wir die nicht füttern oder so? Nein? Nein? Ja, dann geben wir unser ganzes Geld aus. Plop. Okay. Fisch! Oh, Painted Common. Was ist das? Der da? Ein Rarefish! Wir machen hier voll die Boosterpack-Öffnung. Common. Common. Painted Common. Der hat also dann wahrscheinlich eine andere Farbe. Und noch ein seltener. Und ein Painted Rare. Hier haben wir noch einen. Und noch einen Painted Rare. Okay, Leute. Ich kann euch sagen... Ich kann euch überhaupt nicht sagen, was das für Fischis sind. Aber wir dürfen denen allen Namen geben. Ach du Scheiße. Können wir das ignorieren oder soll ich die alle nach euch benennen? Wo Musik? Das dauert jetzt aber nicht wirklich 45 Minuten, oder? Oh mein Gott, ist das ein Idol-Game? Ist das ein Idol-Game? Switch-Tanks. Switch-Tanks. Wir können die jetzt für 10 Cent wieder verkaufen. Das wäre ja absoluter Schmachsinn. Wo findet sie immer diese komischen Games? Es gibt Foren, in denen Indie-Entwickler dazu aufgefordert werden, ihre Spiele zu bewerben. Und da scrolle ich regelmäßig durch und packe mir sämtliche Demos, die auch nur halbwegs interessant oder süß aussehen, auf die Wunschliste. Demo gegen was oder für wen demonstrieren wir eigentlich heute? Ich muss schnell noch Schild malen. Heute scheinbar für Fische. Gegenüber Fischung freue ich mich. Gegenüber Fischung. Ich habe eins mit meinen Dino-Nagis gefunden. Dein Bot hat es nur nicht gesehen. Mein Bot sieht alles, Fee. Mein Bot sieht alles. 93 ist nicht richtig. Da ist kein Goldenes dabei. Schön. Hallo, Börner. Ein Wunderschön, Wunderschön. Ein Leerlaufspiel laut Steam. Ist ein Idle-Game. Gibt es vielleicht eine Twitch-Interaktion? Nee. Das sieht nicht so aus. Twitch-Interaktion. Wir dürfen Fische füttern. Ich will Sport sehen. Du bist doch nur neidisch, weil ich nicht so viel Sport machen muss wie du, weil ich halt nur 5 Zahlen habe. Und du 25. Arme Fische. Ja, wirklich. Wir haben keine Musik. Wir können nichts tun. Also Leute, was wir machen könnten, ist, dass wir am Ende des Tages nochmal reinschauen, was uns unseren Fischies geworden ist. 9. Sie hat 9 Zahlen. Okay. Das sind immer noch fast doppelt so viele wie ich. Kein Sport. Dann stell dich eben hin. Okay. 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 Dann fahren wir mal den Tisch hoch und stellen uns hin. Ich sollte den zählen lassen, ob ich ne Stunde auf dem Laufband war und ob ich ne Stunde gestanden hab. Oder ne halbe. Das sollte ich einfach mitzählen lassen. Das sollte nicht das Problem sein. Außer der Text wird irgendwann zu lang. Gegen Delfine, für Fische. Käpt'n Iglo ist in Wirklichkeit eine Landratte. So ist es, Frau Jäger. Übertreiben Sie es nicht, Frau Zari. Nur gefühlt. Muss selbst, wenn ich aktuell Treppen runterlaufen will, drei Bandagen anlegen. Oh no. Wir hatten das Thema Treppen runterlaufen gestern auch schon. Oder stellst du das Laufband zum Tisch? Das Laufband ist links vom Tisch, weil wenn ich es unter den Tisch packe, dann passt der Stuhl da nicht mehr hin. Vielleicht finde ich wieder einen. Ich habe schon zwei gefunden. Ja, Fee, du wirst dich wundern, aber Venom triggert ständig den Sport. Aber Venom hat noch Cooldown. Ich habe mich heute dreimal erinnert, dass es wehtut, aus dem vierten Stock runterzurennen. Langsam laufen, Luxi, langsam. Oder, was ein Stück weit hilft, wenn du die Arme nicht anderweitig fürs Gleichgewicht brauchst. Arme verschränken, dann sieht keiner, dass du in Wirklichkeit am Stützen bist und kannst in Ruhe runterlaufen. Kann ich nicht. Okay. War ja nur eine Idee. Delfin, Sahnesoße, gute Idee zum Mittagessen. Arme Fischi. Nein, Delfine sind keine Fische. Arme Säugetierchens. Wer braucht schon einen Stuhl? Ich. Ich, Aurora. Ich. Wundert mich nicht. Ich habe meinen Fuß mit Draco-Foam belegen und mit Hausschuh raus, wenn ich aus dem Haus will. Du musst deinen Fuß mit Draco-Foam belegen? Was ist denn das? Ich sprinte die Treppen runter. Und ich kann nicht verschränken. Tut weh. Nicht oben drüber, sondern drunter vielleicht. Aber gut, das ist dann halt eine Frage der Größenordnung. Ich habe vor meinem Schreibtisch einen Sitzsack und einen Massagestuh. Stylish. Passiert da jetzt noch was? Nein. Ich war nur gerade am Chatten. Ich würde mal sagen, ich lasse das, sofern das mit der PC-Kapazität funktioniert, lassen wir das einfach mal laufen und gucken vielleicht in einer Stunde oder so nochmal rein. Was kann das Spiel? Wir ziehen diese Fische groß. Ja, die bekommen für jede Sekunde, die die hier sind, bekommen die EP. Ihr seht, die haben schon 370 EP gesammelt. Hier unten 370, hier 360. Und wenn die ein Level abhaben, dann werden die mehr wert. Dann können wir die wieder verkaufen und dafür dann wiederum neue Fischis kaufen. Das ist halt ein Idle-Game über Aquarien. Wenn du deinen Rechner für 5 Minuten alleine lässt, ich werde so viele Kudowns wegnehmen und mehr Sport einbauen. Ich will mich ja nicht komplett kaputt machen. Du hast doch auch langsam angefangen und dich dann gesteigert. Okay, Chat, wir lassen das mal so offen und gucken mal nach anderen Spielen. Fish Nuggets. So, Chat, jetzt muss ich mal wieder alles aufholen. Rippchenström, ja, 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 ja. PC hat auch was gegen solches Teufelszeug. Ja. ASS, die Acetylsalizilsäure, wurde bereits im alten Griechenland in Weidenrinden verwendet. 1897 gelang es Bayern, dann den Wirkstoff reinherzustellen. Okay. Jetzt können wir extrem nette Dinge über die extrem tolle Zari sagen und sie merkt es gar nicht, Frau Jecher. Schön. Wir sind Chat, wir sind viele. So, okay, Chat. Ich lasse jetzt das Model weg, weil wir machen ja eh in 10 Minuten aus. Aber wir wollten nochmal nach unseren Fischis gucken und ihr seht, die sind alle wahnsinnig gewachsen und haben schon angefangen, neue Babys zu machen. Wir haben jetzt den Bluegrass Guppy, den Clown Loach, den Painted Bluegrass Guppy, den Corridoras, das ist der da, den Swordtail, also Schmerzschwanz, den Wagtail Platy. Ich kenne leider die deutschen Namen überhaupt nicht, Leute. Ich kenne mich null aus mit Fisch. Fisch ist Fisch. Was aus? Ausmachen ist keine Option hier. Janus, es tut mir doch leid, aber ich bin jetzt verschwitzt vom Laufen. Ich bin müde vom Sport. Ich schulde euch immer noch fünf Kniebeugen. Fisch ist Fisch. So ist es. Vactail Platy. Painted Akara. Akara. Ohne Farbe. Baller Shark Mini Hai. Süß. Und die haben jetzt schon 0,06 Dollar wieder verdient. Der macht uns jetzt 0,17 pro Tag. Damit sind echte Tage gemeint. Keine Ingame-Tage. Wir können die aber auch für 2 Dollar verkaufen. Wenn wir drei Stück verkaufen oder wenn wir... Na, doch, davon haben wir auch zwei. Da ist noch ein Rare. Der muss noch... Ach, die haben keine Babys gemacht. Die müssen einfach nur noch wachsen, weil die halt länger brauchen, weil sie selten sind. Ich verstehe, ich verstehe. Die Bears brauchen alle länger zum Auswachsen. So, von dem haben wir drei. Habe ich gerade eben schon gesehen. Wir haben eins, zwei und da rechts ist noch einer. Davon kaufen wir jetzt einen. So, von dem hier haben wir zwei. Von den Sharks haben wir zwei. Von den orange-schwarz-gestreiften haben wir sogar vier Stück. Guck mal, da können doch nochmal zwei weg. Und dafür können wir uns jetzt noch einen neuen Pack kaufen. Shop Kaufen Ah, guck mal, der Goldfisch, den haben wir schon. Noch einen Goldfisch, noch einen Sädener, den wir noch nicht haben. Ein Epic, sieht ein bisschen aus wie eine Flunder. Und noch ein Common, das sieht ein bisschen aus wie eine Muschel. Neues. So, guck mal, der hier ist auf jeden Fall neu. Das ist ein Rare. Und das hier ist der, den ich eben Flunder genannt habe. Der Epic. Nice. Mal schauen, was die pro Tag an Geld bringen. Warte, warte, warte. Wenn wir das nicht hier nachgucken. Wir können hier nur sehen, wie lange die zum Auswachsen brauchen scheinbar. Das ist nur der Verkaufspreis. Ah, guck mal, wenn die ausgewachsen sind, sehen wir das hier. Zum Beispiel, der Bluegrass Guppy bringt 0,08 pro Tag. Der Akara schon 0,25. Den wollen wir also auf jeden Fall behalten. Da ist noch ein Bluegrass Guppy. Davon haben wir zwei. Die bringen beide 0,08 pro Tag. Die sind auch voll ausgewachsen. So, der Sawtail bringt 0,08. Der Clownfish 0,04. Der Clownloach 0,04. Das heißt, die können wir eigentlich bedenkenlos verkaufen, weil die bringen uns ja gar nichts ein. Hier, der Neon Tetra. Den können wir nur behalten, weil wir ihn hübsch finden. Aber sonst halt nicht. Da ist noch ein Sawtail. Hier, der Akara bringt auch nur 0,12, 0,17 von den Haien. 0,06 für den Kuridoras. Hier, die Bluegrass Guppies. Die sind halt hübsch, aber die geben kein Geld. Die Goldfische geben noch weniger. Und der ist noch nicht ausgewachsen. Clownloach Prachtschmerle auf Deutsch. Okay. Ich habe halt gar keine Ahnung von Fisch. Also wirklich. Ich kann dir vielleicht drei verschiedene Fische sagen. So, Anglerfisch. Ich würde einen Hecht nicht erkennen, wenn du ihn mir vorsetzt. Und ich habe erst letztens gelernt, dass Thunfische größer sein können als Menschen. Und seither habe ich Angst vor ihnen. Prachtschmerle ist ein interessantes Wort. Oh, süß. Okay, Chet. Komm, wir verkaufen noch ein, zwei Fischis. Die uns eh kein Geld einbringen. Alle, alle unter 0,1 kommen weg. Hier der Swordtail. Der Tetra. Der ist noch nicht ausgewachsen. Der ist noch nicht ausgewachsen. Der hier bringt kein Geld. Der bringt kein Geld. Der bringt kein Geld. Der hier bringt keins. Der Akara bringt Geld. Der Guppi ist halt selten. Deswegen möchte ich davon einen, glaube ich, behalten. Das sind immer die Orange geschriebenen. Das sind halt die, die farblich anders sind. Davon behalten wir einen. Und das war's. So viele erwachsene Fischis haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir aber 23 Gold. Und dadurch können wir jetzt uns noch einen Fischbandel kaufen. Und zwar vier Stück. So. Goldfisch. Was Neues. Der Akara. Der Neon Tetra in Gefärbt. Ein Rare. Ein Neon Tetra in Golden. Common. Was auch immer das bedeutet. Ein Seltener. Der sieht ein bisschen aus wie eine Languste oder so. Zack, zack, zack. Der Swordtail in Painted. Wieder ein Painted Guppy. Wieder ein Corridors. Und du bist auch wieder ein Rare. Du siehst auch wieder aus, als wärst du so ein... Languste habe ich es eben genannt. Und von denen kennen wir vier von fünf. Aber der hier ist immerhin neu. Schön, dass wir immer garantiert einen Rare dabei haben. Zahne, da wurde nochmal Sport getroffen. Warte, warte, warte. Drei Setups. Dankeschön. Dankeschön. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen unter. So. Dann Dankeschön, Erpel, dass du direkt getroffen hast. Und ein Golden Nugget gefunden hast. Also, wir müssen jetzt noch drei Liegestütze, fünf Kniebeugen, drei Setups machen. Das ist jetzt noch der Sport. Einen Aal würdest du erkennen. Einen Aal würde ich wahrscheinlich erkennen. Ja. Ihr dürft euch so lange ein bisschen diese wunderschönen Fishies angucken. Und ich mache jetzt noch eine Runde Sport. Und ja, ihr dürft währenddessen noch Nuggies einlösen. Gar kein Problem. Golden Common bringt anscheinend auch gut mehr. Ich habe den Golden Common Schwertträger. Der bringt 84 Cent pro Tag und 20 Dollar im Verkauf. Okay, das ist viel. Das ist viel. Also, Chad, wenn ihr schon immer ein entspanntes Aquarium haben wolltet, das ihr auch ruhig mal drei Tage liegen lassen könnt und da passiert trotzdem was, dann schaut mal nach Chill-Aquarium. Und ich mache jetzt Sport. Und Silent Birds ist es eine Frechheit, dass die 100 Nuggies auch keinen Sport geben. Deswegen bekommst auch du noch eine Runde Sport. Und zwar noch mal 10 Liegestütze. Warum habe ich das gemacht? Also sind wir jetzt bei 13 Liegestütze, 5 Kniebeugen, 3 Sit-Ups. Okay, wir beginnen mit den Kniebeugen. Fünf Stück. Die waren aber auch lecker. So muss sein. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Fünf Kniebeugen, dann machen wir 3 Sit-Ups und dann 3 Zehen-Liegestütze, weil ihr toll seid. Also. Moment, einmal kurz Yoga-Matte richtig hinschieben. Und 3 Sit-Ups und dann machen wir jetzt 3 Zehen-Liegestütze. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, und 13. Uff. Uff. Ich weiß noch, warum ich euch einen Codan auf die Nuggies gegeben habe, Chad. So. Gut. So, Chad. Dann vielen, vielen Dank. Für die ganz, ganz vielen Nuggies. Dankeschön für die Sportmotivation. Nochmal 1. Fee hat nochmal die 1 getroffen. Wer in diesem Chat ist schon wieder so knuffig, dass ich mies explodiere von Knuffigkeitsallergie her. Du bist wahrscheinlich gegen dich selbst dann allergisch, Luxi. So. Das war 1a geschleimt. Und wir machen für Fee nochmal 5 Kniebeugen. Und Venom hat auch die 1 getroffen. Dann machen wir für Venom nochmal 5 Plankstürz. Hä? Leute, wenn wir so weitermachen, mache ich morgen keinen Sportstream, weil ich Muskelkater habe. Wenn du gegen Minderintelligenz allergisch wärst, gegen deine eigene, und du dann nicht permanent niesen musst, hast du dir ja gerade selber bewiesen, dass du nicht dumm bist. Gut Job. So. Chad. Erstmal 5 Kniebeugen. 1. 2. 3. 4. 5. Wer hat gerade das größte Problem beim Backen vom Pfannkuchen identifiziert? Das ist der erste Immer-Miss-Link-Burner. Und wie krass, dass auch du dir heute Pfannkuchen machst. Ist heute Pfannkuchentag? Aber teile uns deine Weisheit. Irgendwann hat Zari ein Sexpack. Ja, und ihr seid dann schuld. Ach. Ja, ich trinke auch nochmal was. Hm. Mhm. Die meine Musik, die wir vorhin gehört haben, war von Chillquarium. Deswegen war die Musik manchmal so laut. Und dann wieder nicht. Das Backen eines Pfannkuchens dauert länger als das Essen seines Vorgängers. Somit steht man die ganze Zeit vor einem leeren Teller. Das ist aber nur bei den ersten zwei so, Bernard. Danach geht das so fix, dass du nicht zum Essen kommst. Ja doch! Jetzt ist ja langsam gut mit Sport, Leute. Ich nehm's euch jetzt gleich weg. Ich will doch ausmachen. Hä? Ich mach jetzt die Planksturz fünf Stück pro Seite und dann noch drei Jumping-Jacks. Du hast Cool-Down-Fee! Ich will nie wieder Beschwerden von dir hören, ja? Ja. So, und... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und andere Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Hey. Ha! Mehr Sport! Was ist denn heute mit dir, Fee? Was ist denn heute mit dir? Was ist dieses Ausmachen? Kann eins das essen? Ne, ausmachen kann man's nicht, aber es ist oft eine Voraussetzung für Essen. Hat gerade sechs Pfannkuchen mit Marmelade verdrückt. Ja, mal bin ich schneller im Essen. Oh, krass, Birner. Aber gut, ich esse auch meistens eher so vier Pfannkuchen. Aber ich höre doch vom Pfannkuchen zu reden. Ich habe mega Hunger drauf und Fee wollte heute unbedingt Rahmen essen. Deswegen gibt es heute keine Pfannkuchen für mich. Kann ich ja mal zurückschlagen mit Sportärgern. Ja. Ja, das kannst du offensichtlich. So, Leute, noch drei Jumping-Jacks. Dann habe ich es geschafft. Und eins, zwei und drei. He-he. Daneben Krapfen für Zari. Euch wünschte. Bupp, 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 bupp. Kannst du Pfannkuchen ausrahmen? Nee. Nee, 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 nee. Kannst Pfannkuchen backen anstatt der Nudeln in die Suppe schneiden. Eh, warte mal kurz. Mein Stuhl hängt am Teppich fest. Jetzt nicht mich hauen. Ich muss den da hinstellen. Katze liegt auf der Lehne und hat keinen Bock, dass ich den Stuhl verrücke. Okay. So, ist aber mein Stuhl. Bupp, 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 bupp. Es ist gar nichts. Konto ist gesperrt und ich wollte eigentlich vorgestern einkaufen. Belastend, Luxi. Du schaffst das schon. Du hast das bisher immer geschafft. Du wirst das wieder schaffen. Sind wir uns alle einig? So. Ich wechsle mal in Just Chatting. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich höre auf jeden Fall die Musik, als wären wir in Just Chatting. Auch wenn es merkwürdig ist, hier ohne Model zu sitzen. Ich wollte noch kurz Dankeschön sagen für den wundervollen Tag. Auch mit jeder Menge Sport war das ein sehr wunderschöner und erfolgreicher Tag. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, die ganzen Demos anzuzocken. Ich hoffe, ihr auch. Und ich gehe jetzt noch gucken, wo wir hinraiden können. Denn ich bin müde. Ich bin verschwitzt. Ich muss duschen. Du hast ein Dancing Meme von... Von, 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 von... Wer war das nochmal? Äh, du meinst Tuflis aus Drachenzähmen leicht gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Rest. Ich sage, erruhe dich gut und ruhe dich aus. Dankeschön. Der Artist, wo du mal hingebradet bist. Ich erkenne den Zeichenstil. Oh, wie cool, dass du den direkt erkennst. Der Artist heißt Derposaurus. Oder Derposaurus. Und, äh, er ist noch dabei, mir ein Dancing Meme zu machen. Ich habe bisher nur dieses eine Bild. Das habe ich von ihm geschenkt bekommen. Dafür, dass ich mit dem Auftrag etwas Geduld beweise. Weil er im Moment nicht so gut vorankommt. Und das ist völlig okay. Ich habe damit gar keinen Stress. Deswegen hat er mir den geschenkt. Den gibt es auch seit neuestem zu kaufen. Nämlich, äh, auf, äh, den neuen Zari-Tassen, die er auf Kofi findet. Gibt es, äh, jetzt auch die Dörp-Zari. Unter anderem. Der Ziel ist sehr einzigartig. Ja, definitiv. Definitiv. Oh, so, ihr Hübschen. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir heute hingehen. Die liebe Benazy spielt mal wieder Elden Ring. Aber ohne Sport. Äh, ansonsten habe ich heute nicht wirklich wen. Das tut mir leid, Chad. Ich habe heute nicht viel. Dann gehen wir zu Benazy und gönnen uns eine Runde Elden Ring. Was haltet ihr davon? Dann gucken wir jetzt, ob die Bots noch funktionieren. Scheint noch. Ah ja, klar, logischerweise. Sonst wären die ganzen Dino-Nagis nicht gegangen. Also, kopiert euch gerne die Wait-Message. Macht da drüben ein bisschen Stimmung. Gönnt euch Elden Ring, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, findet ihr den Weg nach draußen von alleine. Keine Sorge. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, wunderschönen. Erstmal vielen Dank natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Völlig egal, ob als aktiver Chatter, als Lurker, als Sub, als Follow, als irgendwas. Oder einfach nur so. Selbst Leute, die mir nicht folgen, keinen Bock haben, jemals auch nur einen Cent in mich reinzustecken. Und einfach nur jetzt für 10 Minuten eingeschaltet haben. Dankeschön. Finde ich geil. Freut mich jedes Mal. Hier gibt es einen Ausgang. Ich meine damit, du findest den Weg in den anderen Kanal. Nicht, dass du Twitch beenden kannst. Meine Süßen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, wunderschönen. Passt mir auf euch auf. Bleibt mir gesund. Werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Lasst euch vor allen Dingen nicht wegklauen. Und jetzt ganz viel Spaß beim lieben Benazy und Elden Ring. Bis dahin. Und bye-bye, ihr Süßis. Bis dahin.